Und damit ein herzliches Willkommen hier zum Opener-Match von Monday Night Fallout, dem ersten Match nach Money in the Bank, wo ja Sin Ken den Koffer eingesetzt hat, um sich von Youngblood den Titel zu holen und von ihm der Tag-Team-Partner, also Blizz Kio, die beide ja auch schon mal die Tag-Team-Champions waren, in Betonung auf waren, tritt hier jetzt gegen Brad the Hitman Hart an. Ja, Blizz Kio möchte dieses Match natürlich gewinnen und fängt direkt mal mit einem Spear an. Und diese Tücher da hinten mit dem Logo, die sehen ja mal voll weird aus. Ja, ich hab die Arena ein bisschen vergrößert, aber was, vielleicht ändere ich sie nach dem Summerslam nochmal um. Achso, noch ein Tucken größer. Und dann kommt er von Blizz Kio gegen Bretter Hartmann. Wie ja Santino Marella immer sagt, Bretter ist ein Hartmann. Und ein Whipping. Hartoff Whipping in die Ring, Eckenschlag gibt's auch noch hinterher und ich glaube, das wird jetzt wehtun. Jawohl, oh, da geht's gegen den Ring, Fostelaar, gegen den blanken Stahl. Ich glaube, das Kio, der will hier jetzt Nägel mit Köpfen machen. Aber er fängt sich im Backdrop. Und was zeigt jetzt Bretter Hart? Natürlich wieder einen Neckbreaker, den sieht man ja des öfteren Mal von ihm. Und den Spear sieht man auch des öfteren, er spammt den Spear. Aber Bretter Hart kann kontern. Ja, was macht man, da legt da so eine kleine Jogging-Einlage hin. Da sollte er vielleicht aufpassen, einen Blizz Kio darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und Whipping, Blizz Kio nimmt Anlauf. Ja, die Close Line geht daneben. Tritt und Schlag vom Hitman sitzen. Und jetzt gibt es seinerseits einen Whipping in dieselbe Ring-Ecke. Gut, der Kick ging ein bisschen daneben. Na, der Schlag wird gekontert und jetzt hängt Bretter Hart wieder in der Ecke. Und diesmal trifft die Close Line. Oh, der Double-Foot-Stomp sitzt auch perfekt. Oh, schöner Moonsall. Also Linesall kann man das schon fast nennen. Nice, nice, nice. Ich wollte gerade sagen, was zeigt Bretter Hart jetzt? Ah ja, und ich habe den Boden ein wenig dunkler gemacht von der Matte. So von 250% auf 175. Dass das ein bisschen schmuddeliger aussieht und nicht mehr so grell ist. So, Arenen werden jetzt permanent nur nach den Pay-Per-Views umgeändert. Ja gut, ich habe vorhin nur Fallout geändert. Bevor das andere alles kommt, wird das natürlich nochmal dementsprechend angepasst. Oh, Double-Tar-Double-Foot-Stomp direkt hintereinander. Beide getroffen. Also bekommt Bretter Hart hier ganz schön einen auf die Rippchen gezimmert. Aber der kommt jetzt hier mit einem Shoulder-Block-Konter. Und er zeigt einen Leg-Drop, keinen Double-Foot-Stomp. Hatte ich jetzt erst gedacht, er zeigt jetzt einen Double-Foot-Stomp. Nö. Und was für eine harte Close-Line. Mean Jot. So, es geht jetzt ganz gut hinten und her. Ein Schlag, ein Tritt, ein Griff, ein Arm-Drag und ein Whip in die Ring-Ecke. Und dann, wenn er auf Close-Line sitzt. Und dann nimmt er ihn hoch, das wird jetzt der Finisher. Und dann ist das hier, ich würde mal sagen, die Gäse. Vielleicht, wenn er sich nicht zu viel Zeit lässt. Was er gerade übrigens tut. Er lässt sich Zeit. Vielleicht sogar zu viel, ja, viel zu viel Zeit gelassen. Only one count. Konnte Hitman richtig gut durchschnaufen. Muss ich aber trotzdem den Shoulder-Block jetzt einfangen. Jetzt kann er kontern. Und Sleeper-Hold. Wird Blizz Kio jetzt im Sleeper-Hold sleepen? Nein, er kontert mit einem Stunner. Und Blizz Kio geht nach draußen. Er will wahrscheinlich jetzt fliegen. Und jup, vor 50 Splash, aber voll ins Leere. Und da hat jetzt Bret Hart einen an die Hunde gekriegt. Und Spear war was für einer. Na, das war ja schon kein Spiel mehr. Das war ja schon Gore. Gar keine Zeit verschwendet. Direkt das Cover bringt aber nicht den Sieg. Only two count. Nicht only one count. Und da gibt es einen typischen Neckbreaker. Vom Bretter, der harte Mann. Ja, wird irgendwie gekontert. Reversal. Und wunderbar. Und er probiert es jetzt wahrscheinlich nochmal mit einem vor 50 Splash. Und der sitzt. Na, er zieht da in die Ringmitte. Jetzt will er wahrscheinlich das Cover anbringen. Jawohl. Na, er hat auch nur wieder einen two count. Bretter hat bisher noch gar kein Cover angebracht. Aber der wird jetzt erstmal rausgepfeffert. Und das gibt, oh, einen Backdrop auf den Apron. Herrgott, Margot. Ah, Bretthard greift dazu. Aber das ist wieder diese Kollisionsabfrage des Spiels. Bliskio wieder raus. Bretthard rein. Und nochmal dasselbe im Wechsel. Im Wechselbad der Gefühle. Oh, Suplex wird gekontert. Und Bliskio mit dem Snap Suplex. Hätte er in Vertical gezeigt, wäre Bretthard wahrscheinlich auf die Ringtreppe geknallt. Und das hätte richtig Aua-Aua gemacht. Und Tilde wird Backbreaker. Ich habe mich schon gefragt. Ich habe ihn auch gar nicht gezeigt in diesem Match. Bis, ah, noch dazu. Jetzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, ich dachte, da kommt jetzt ein Konter. Ja, jetzt sollten die beiden ihren Hintern ganz schleunigst wieder in den Ring bewegen. Der Ref ist, glaube ich, schon bei 6 oder so. Er war sogar schon bei 7. Na, face first. Direkt Cover hinterher. Ja, ich wollte schon mal sagen, wäre das jetzt die Entscheidung gewesen. Er hätte ihm immer totgelacht. Da sind die beiden umkreisig die zwei kämpfende Hähne. Und belly to belly. Aber das Kio, glaube ich, will es zu Ende bringen. Der will hier den Cover durchkriegen, also bis 3. Nein, Bretthard kommt wieder raus. Oh, da taumelt er. Und Trouble in Paradise. Reicht das jetzt oder kommt er bei Bretthard wieder raus, weil er sich zu viel Zeit lässt? Und weil er das Bein nicht einhakt? Dropkick. Was sehen wir von Bretthard gar nicht? Der fängt sich in Snap mehr ein. Also ich muss sagen, Blitzkirr, der übernimmt hier gerade über so die Kontrolle. Ein Roller! Nein! Da kommt er gerade noch so raus. Also wenn das jetzt die Entscheidung gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, surprised, surprise victory. Dann ist der Dropkick sitzt und das Knie auch. Und das Publikum jubelt. Und Konter-Suplex von Blitzkirr. Ja, macht das Zeichen. Er will jetzt endgültig hier viel Nito machen. Bretthard, der... Naja, wenn sie beiden Gegner, er will wahrscheinlich den Gore zeigen. Oder seinen Superspear oder wie er es jetzt auch immer nennen will. Na gut, solange er nicht wie Roman Reigns erstmal so fünfmal durchs Ringseil rennt. Oh, da stand Bretthard aber auch schon wieder. Snap mehr mit Elbow in den Nacken. Das tut natürlich auch weh. Und ich glaube, er will jetzt den Scharpschuh tarn. Nein, er zeigt einfach nur ein Cover. Das Erste bringt aber nicht die Entscheidung. Vielleicht soll er das doch lieber mit seinem Scharpschuhler probieren. Jetzt probiert es Blitzkirr einfach nochmal. Nein, tut kaum. Also die beiden, die hauen sich hier richtig schön lang auf die Mütze, weil das Match geht jetzt schon... Normalerweise sind die Matches immer so fünf, sechs Minuten lang. Das hier jetzt schon über neun Minuten, ja, über den Daumen gepeilt. Und die beiden geben sich hier sehr, sehr gut die Klinke in die Hand. Und... Oh, sehr schöner Belly-to-Belly. Also, wo ist Bretthitman? Und jetzt kommt der Scharpschuhler. Und jetzt ist die Frage, wird Blitzkirr aufgeben oder kommt da noch zum Ringseil? Nein, er tappt Bretthard siegreich gegen Blitzkirr. Also, hat mich eigentlich überrascht. Also, Blitzkirr hat sicherlich in diesem Match die bessere Figur gemacht. Aber gut, das Endergebnis zählt. Ja, er jubelt. Und wir kommen zum Next Match.